Oh, heute ist es so kalt. Oh, Helene, was machst du da? Hallo, Jasmin, was machst du hier? Ich war einkaufen. Und du? Ich muss noch einkaufen gehen. Was hast du heute gekauft? Ich habe eine Hose und ein T-Shirt gekauft. Was willst du kaufen? Ich muss Schuhe kaufen. Ich weiß, wo du die Schuhe kaufen kannst. Ich weiß, wo du siehst.